Die Firmen ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Knusprige Pizza aus dem Holzofen, cremige Pasta, ausgewählte Weine. Das und vieles mehr erwartet Sie im Restaurante Il Peperoncino in Obernburg am Main. Die Inhaber haben es sich zum Ziel gesetzt, ihre Gäste mit traditioneller und ehrlicher Küche zu begeistern und auf eine Reise nach Italien zu entführen. Mit Erfolg! Schon längst ist das Restaurant im Landkreis Milkenberg kein Geheimtipp mehr. Die vielseitige Speisekarte reicht von herzhaften Vorspeisen über feine Salatvariationen bis hin zu kreativen Hauptgängen, frischem Fisch und saisonalen Spezialitäten wie etwa Trüffeltorteloni. Typisch italienische Desserts wie Tiramisu oder Panna Cotta vollenden das mediterrane Erlebnis im liebevoll gestalteten Lokal. Auf der sonnigen Terrasse lässt es sich in den Sommermonaten besonders gut genießen. Restaurante Il Peperoncino – eine klare Empfehlung der Firmen-TV-Redaktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fürwamrendealer darf es sich in den Sommer morgens die wir veteranen darüber rumgel trespassen meets ein Lukas-Türfels und riskion Penstrategian-80sZZ- Iran. Die Kanne – eine behördearians Gentleman. Untertitelung des ZDF, 2020